Und damit auf eine neue Sunder-Anfolger von Let's Play Genshin Impact. Im letzten Part sind wir Kommandant von Schwertfisch 2 geworden. Sind nämlich jetzt Truppenführer. Und wir sollen jetzt zu einer gewissen Art Ruine gehen. Und mal schauen, was da abgeht. Wir machen ja die Hauptstory weiter. Und ja. Aber ich habe noch ein paar Sachen Offscreen gemacht. Also immer tägliche Missionen und so. Wir werden ja nicht. Aber ich werde ja auch noch in ihr upgraden, dass er Level 60 ist. Mal gucken, ob ich das bei Eula auch noch hinbekommen, dass die Level 70 kommt. Aber es wird ja nicht einfacher, meine Freunde. Ganz im Gegenteil. Es wird ja mal nerviger. Aber ich denke, wir bekommen das hin. Dann bin ich jetzt eigentlich nicht voll gehält. Immer muss irgendwas da sein, was nicht wichtig ist. Oh nein. Kann man das nicht aktivieren? Oh doch, wir sollen es aktivieren. Es sieht nicht, wie etwas suspicious ist. Suspicious. Ja. Ja, danke schön für den Tipp. Wovor wir das tun, kann ich jetzt eigentlich Eto verbessern? Eto. Ja. Ach, bei ihm fehlen ja auch diese blöden Items. Noch. Hä? Ja, ich kann das nicht schneller machen. Außer ich habe hier irgendwo Elektrograden. Äh. Äh. Are you serious? Warum fängt der Part schon wieder so toll an? Da ist doch. und die frage wie lang es hält halte das bringt nichts kann er sich schneller machen erzählt das nicht jetzt wollen die doch nicht dass ich extra okay von mir aus wechsel ich kurz im charakter ja gut wenn man die falsche taste drückt dann klappt das natürlich nicht die prinzessin wie jetzt nicht schnell genug ist denn jetzt falsch hey will mich das spiel verarschen ich finde das nicht richtig soll das denn warum sagt sich das spiel so ja okay wir machen jetzt auch die musik einfach aus jeder regler was du tust oh nein ich kann nicht wechseln lass mich doch kurz wechseln lass mich lass mich lass mich er folgt mir was soll das schön dass da natürlich gleichen blöder gegner kommt sie sollten das elektrogranum auf jeden fall nehmen wir können uns sterben ja das sollte trotzdem reichen na wie geht's dir ja 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 gut ich ziehe schon wieder so Oh Gott. Was ist, die Dinger kaputt machen? Ja, lol. Hallo. Wie übertrieben. Ist das was, was ihn schützt? Ey, der hat mich schon... Ey, wie schnell kann der einen töten? Was geht ab? Habe ich irgendwas getan? Ja, ja, komm her, du. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, man muss schneller sein als er. Ey, Junge. Ruhig dich mal. Wieso gefühlt ist der fast ungesiegbar? Aber ich sag mal so, also er verliert schon gut Leben, aber... Wer weiß denn, wie lange das noch ist? Ja, bleib mal schön da drin. Ich glaube, ich habe das gar nicht zu bringen gefühlt, weil er Elektro ist, aber... Ah, nein, ich will nicht da rein. Bege für Merce. Echt, wenn du das möchtest. Ich will da raus. Schön stehen, mein Lieben Kollege, ja? Ah, ich weiß, du bist... Aber das sind wir alle mal. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Yo. Es reicht für dich. Was bringt's denn? Halleluja. Ach doch, das bringt was, wenn du dich mal kaputt musst. Lass das. Reicht jetzt. Erhaben dich doch. Oh mein Gott. Was für eine harte Nuss, aber warum gibt's den Blitzhelden, Lover Schwold? So groß. Ich hoffe, die ist nicht und die Atmosphäre hier ist ein bisschen seltsam. Ja, auch immer. Die gute Sache ist, dass wir jetzt überlegen. Lass uns einfach laufen. Hä? Taipei, warum bist du auch hier? Äh, ich bin überrascht, dass... Ist das eine Überraschung? Ich war gerade von der Fahrt zurückgekehrt, nachdem ich Nachschub transportiert hatte und wollte vorbeikommen, um die Nachbarschaft von Bedrohung zu befreien. Äh, alles in Ordnung? Du siehst ein bisschen komisch aus. Ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Nichts, als ich vor zwei Tagen auf See war. Als ich vorbeikam, hörte ich, dass jemand auf dem Insel gelandet war, um sie zu untersuchen. Dachte ich auch mal vorbei. Als Gefahr droht, kann ich vielleicht einmal ein Hirte sein. Aber leider habe ich gerade euch getroffen, also bin ich wohl umsonst gekommen. Tepei! Hibai, findest du nicht auch, dass an diesem Ort seltsam ist? Nun, dass du es erwähnt hast, könnte es sein, dass die Aura der Talab- Tatarigami hier stärker ist, weil wir uns bereits in der Nähe der Überraschung des Gottes Robaxi befinden. Robaxi? Wer ist das? Ein Gott! Schau, das sind die Überraschung. Ah, das ist ein gigantischer Geschmack-Geldung! Orobashi war derjenige, der unsere Vorfahren aus Konomiya gebracht hat. Das ist der Origin von Watatsumi. Unsere Vorfahren hatten ihn immer als Schuttgott betrachtet, aber während des Archon-Kriegs fiel Orobashi in die Insel Yashiori ein. Der Shogun kam selbst und tötete ihn mit einem Musou no Hitotachi. Dieser Schlag bildet auch das, was heute als Musou-Chin-Schlucht bekannt ist. Die Musou-Chin-Schlucht wurde also von Shogun Raiden erzeugt? War so mächtig? Ja, aber die Archon-Krieg war so ordentlich brutal und Insel Yashiori wurde in dieser Schlacht in Schott und Asche gelegt. Es wird gesagt, dass der Shogun damals etwas verloren hat, was ihn lieber teuer war. Nach dem Tod von Orobashi gab es immer eine Animosität zwischen Watatsumi Island und dem Shogunid, aber unsere verschiedene Glauben haben nichts zu tun mit dem, warum der Resistenz war. Und Orobashi sagte, es störte die Zivilisation und es war der Shogun, das hier hoch, um ihn aufzuhalten. Aber jetzt, dass der Shogun die Menschen von ihren Ambitionen und die Menschen ihre Wünsche zu berauben, es ist Zeit für jemanden sich erheben und der Shogun aufhören. Okay, ich gehe zurück. Ich war gerade mit einigen von den Shoguns Eliten Samurai, also, ich denke, ich werde ein schnelles Reiter nehmen. Ich habe jetzt noch andere Dinge zu tun. Du sollst dich bei Sangonomiya zurückrechnen, so schnell wie möglich. Bleib hier länger, als du musst. Bein um den Tatari Gami zu lange, ohne zu dir Hilfe zu tun. Hey, Keine Sorge. Was ist los mit ihm? Der hat auch kauhe Haare, oder will ich mir das sagen? Ich wusste nicht, dass Tepper bereits gegen die Samurai der Bakufarme kämpfen konnte. Aber er hat sehr viele Fortschritte gemacht. Komm, wir gehen zurück und melden uns bei Kokomi. Das ist wohl das, was wir tun. Krebs für die Gesundheit. Gut. Heilen. Dieser Blitzhelm-Lover-Schuhl ist ja nicht so stark. Ich meine, der war alleine. Stellt euch mal vor, der hätte noch fünf Kollegen oder so dabei gehabt. Echt nervig. Und wenn man, wie gesagt, diese ganzen Elementar-Reaktionen nicht drauf hat. Eieiei, das wäre nicht einfacher, Freunde. Das wäre echt nervig. Nervig. So, da unten ist sie aber schon. Mal sehen. Was gibt's denn als nächstes zu tun? Kokomi. Nicht Kotomi. Das ist ein Pokémon. Ah. Leicht zu verwechseln. Wer ist da denn? Ah, Goro. Wir sind zurück. Hey, Goro. Oh, Goro ist auch hier. Oh, Goro ist auch hier. Goro ist auch hier. Äh, was ist passiert? Sie sehen, wie sieht es ungefähr wie viele Menschen, die diese Anomalie erleben. Ich habe nicht die Chance zu machen. Ja, haben Sie noch nicht aufgezählt. Kokomi. Goro. Ah. Ich habe sie zur Befragung hinzugezogen. 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 Und habe auch gefunden, dass sie privat einige Geheimwaffen von ihren Sponsoren bekommen Die meisten von ihnen sind sehr ambitious Types, vehemently opposed zu der Vision Hunt Decret. Sie haben diese Geheimwaffen gekürzt, seit sie sie bekommen haben. Also, das ist warum der Krieg in letzter Zeit außergewöhnlich gut gelaufen ist. Aber rischliche Geheimwaffen sind nicht die Antwort. Goro. Goro. Hast du eine dieser Geheimwaffe bekommen? Oh, die meisten der Offizierer versuchen sie zu handeln. Aber trotzdem, ich habe eine geheimwaffe bekommen. Aber ich bekam trotzdem eine. Das ist... Weißt du was es ist? Das Teufliche Auge der Fatui? Die Identität des Sponsors. Es ist also tatsächlich die der Fatui? Aber warum sollte sie das tun? Ich habe keine Zeit darüber nachzudenken. Das wichtigste ist jetzt die Armee zu informieren, damit sie den Einsatz des Teuflichen Auges so schnell wie möglich einstellt. Alle Soldaten mit Anomalien müssen behandelt werden hoffentlich rechtzeitig. Warte. Warte. Darf ich gerade von Soldaten mit Anomalien sprechen, Teppai? Nein. Ich hoffe, dass er nicht... Lass uns zu ihm gehen. Ja, der sah schon ein bisschen älter aus. Findet Teppai. Kommen wir da rüber. Komm, das ist jetzt nicht so weit weg. Aber da kommen wir von hier aus gut hin. Warum ist gefüllt jedes Mal die Musik aus? Aha. Wer mal vom Teufel spricht. Stimmt, da war der beim letzten Mal ja auch... Wir sollten doch da irgendwas dran schreiben oder... Wie war das, wenn wir ihn... ...brauchen? Ist ja hier unten. Hm. Ne, da müsste er oben sein. Teppai, wo bist du? Hä? Okay. Warum ist hier diese Linie? Wie soll das? Gefühlt führt die Linie zurück. Die Situation ist nicht gut. Okay, ich dachte, du hilfst mir irgendwie. Hier hört die Linie auf. Hä? Akku? Da kann ich nicht durch. Bin ich wohl zu groß. Toll. Alle... Kann man sich wirklich nicht bücken? Oh. Teppai! Teppai! Oh. Hey, guys. Just a moment. Let me get up. Komisch, ich fühl mich so schwach. Teppai. Hm? Oh, right, yeah. I haven't had time to give you the full details. We're fighting Shogun's army at sea. And taking on Shogun and Samurai all by myself. To rescue me, I was stronger still. Stronger I am. More I can do for the resistance. Um. Um. Wahrscheinlich kurz nachdem du zum Truppenführer von Schwertschutz 2 ein und Boris traf ich einen leidensvollen Sponsor. Sie gaben mir das. Dann erzählten sie mir, dass mein Nummer ich stärker werden wollte. So long as I have the will to be. Na, das ist wie das göttliche Auge, nicht wahr? Ich hab das göttliche Auge nie benutzt, also weiß ich nicht, was der Unterschied ist. Es ist ein teuflisches Auge. Es ist ein Illusion. So. Wo ist der Unterschied? Was wird das Leben des Blutzers ausziehen? Oh, gosh. Es ist so, es ist doch ganz natürlich. Es ist so etwas Unbekanntes, das ein Risiko darstellt, oder? In den letzten Tagen bin ich immer mehr müde geworden und habe einiges Gefühl von Unklück im Herzen. Als ich heute zurückkam, konnte ich plötzlich nicht mehr klar sehen. Schade. Ich dachte, ich würde dich einholen. Ich werde in der Tat nicht von dem Glitter beobachtet. Kann ich dich ihm gefallen bitten? Wenn unsere Uniform fertig sind, holst du mir? Holst du mir? Holst du mir ab? Beziehen sie gemeinsam an. Er stoppt doch jetzt nicht, oder? Was für einen Blick hast du da, Kumpel? Keine Sorge, gib mir eine Pause, ich ruhe mich irgendwann raus. Teppei. Teppei. Die Fatoui. Hey, woher gehst du? Hey! Ja, gute Frage. Yo, einfach mal Level 49. Wow, oh, sie ist hier. Ich werde gleich voll in der Wand geglitscht. Hey. Wie ist Teppei's condition? Wie geht's Teppei? Keiner von uns hat's bemerkt. Ich habe die Ordnung gestellt, um zu sehen, ob all delusions werden. Die Vastmajoritäre zeigen einige Lose der Vitalität vor. Aber die Situation ist noch nicht ernst. Sadly. Ich habe... Your Excellency. Ich habe eine Verständigung für ein bedachtes Haus, um ihre Waffe zu bemerken. Die Soldaten werden in die Lage auf der Wand, um die Lage zu bemerken. Sie sind auf die Lage zu bemerken. Sie sind auf der Wand, um die Verständnis zu bemerken. Vielleicht ist es für dich, um die Situation zu bemerken. Ich muss mich rein, um die Situation zu machen. Ich muss mich rein, um das ganze Fiasco zu machen. Ich muss mich rein, um das ganze Fiasco zu machen. Ich muss mich rein, um die Morale zu machen. Wenn die Baku füren, wird es kauf, kein Griff nutzt. Es ist eine verlohne Sache. Was sind deine Gedanken? Nein, es ist zu gefährlich. Das Sakoku-Dekret ist noch aktiv. So sollen die fehlendischen Augen in der Zuma hergestellt werden. Um eine so kassel Menge an Arbeitskräften und das Haus mobilisieren zu können, müssen lokale Kräfte dahinter stehen. Der einzige Weg, sie zu stoppen, ist, die Fabrik zu zerschlagen, in der sie die teuflischen Augen produzieren. Aber es ist eine mächtige Wache geben. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Wir haben wenig Zeit. V. Excellency, given die Urgenheit der Situation, wir waren hartlich diskretend und confiscierten die Delusions. Die Fatoui sind sicher, dass sie verblicken. Wenn wir noch mehr Zeit, um die Armee zurückorganisieren, werden sie sicherlich frühzeitig fliehen, wenn sie die Nachricht hören. Sehr wahr. Ich habe darüber nachgedacht, als es darum ging, die teuflischen Augen zu sammeln. Die Fabrik müsste sowohl riesig als auch versteckt sein und in der Nähe wichtiger Verkehrswege liegen, um die Verfolgung zu verfolgen. Versorgung mit Rohstoffen zu gewährleisten. Es gibt nur wenige Orte, die diese Kriterien erfüllen. Und wenn wir die Locationen, wo unsere Soldaten ihre Delusionsdaten auch erhalten haben, Ich versuche, dass sich die Fabrik wahrscheinlich bei dem Meer zu gewandten Klipp, wie die Kliste, der in der Yashiori befindet. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber bitte, wir haben viele Menschen verloren, die an unserer Seite gekämpft haben. Wir wollen dich auch nicht verlieren. Komm, wir gehen. Let's go. Hey, gehen wir zu dieser Fabrik der teufelischen Augen? Ja, klar. Wirklich? Wirklich nicht mehr darüber nach? Na gut. Wir sind da raus, wo die teufelischen Augen hergestellt werden. Das machen wir aber im nächsten Part. Und ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Genshin Impact gefallen. Und ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.